So, es geht los! Es geht los!! Es geht los! Man in the mirror! Man in the mirror! Leute, wer euch gewinnt, eine Million Dollar! 1 Mio Dollar! 1 Mio Dollar! So, Army weg! Ohoho! Oh my... Oh, das ist eine Russerkrampe, ich merke schon. Das ist eine richtige Russerkrampe. Da kann er so Beybladen, sich freuen. Ja das ist Russerkrampe. Das ist eine Russik-Ramp. Boah, Junge, das sind die hier so Schlaglöcher, oder was sind das hier? Das ist Man in the Mirror Rampe, Jungs! Man in the Mirror schafft das! Das ist eine Mirror-Ramp, Bro. Max, du hast da? Bro, ich hab den gleichen Bug, den du jetzt auch hast. Mein Dings öffnet sich die ganze Zeit, mein Handy. Ja, du musst in Steam die Kontrolleinstellungen umändern. Was? Oh, guck mal, ich hab's geschafft, weil ich Man in the Mirror bin. Boah, Max! Let's go! Oh, wer wird hier sabotiert? Oh, wer ist der Pinke hier? Okay, Max wollte sich direkt auf mich gehen. Max wollte sich direkt auf mich gehen. Okay, Max! Armje, ich schwöre es dir, Bro! Ich bin am Fliegen, ich bin ganz vorne. Wer ist das schwarze Flugzeug? Russack! Russack wird mich irgendwann nie wieder einladen. Ohne respawn, ohne respawn! Russack wird mich irgendwann nie wieder einladen. Ich fall runter, ich fall runter. Ich fall auch runter, Bro. Russack kam wieder frühzeitig. Hey, 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 Bro. Das Gute ist, jetzt lacht er halt noch. Jungs, gleich wieder so. Ich brauche nicht mehr mitmachen, Jungs! Ja, ja, gleich weint er wieder. Oh, schieb... Ey, Armje, du rollst ja so schön runter, Bro. Schieb mich, schieb mich, schieb mich, schieb mich. Soll ich dich rausschieben, oder wo soll ich dich hinschieben? Nee, nee, nee. Ich hab gespawnt und Stani hat auch gespawnt. Ich hab's gesehen. Wie ich hab gespawnt Stani? Ja, ich bin rausgefallen. So, erster Platz, Jungs. Kein reden, ohne reden, ohne reden. Bro, Bro! Sein Mann kann Stani Rampen fahren, hä? Junge, ich war letzte Rampe auch erster wieder. Nein, nein, nein. Ja, dein Post kam, Junge. Naja, guck mal, er hat immer Austreten gehabt. Er war im Verlieren und dann war mal Kampf aus. Ich bin jetzt nicht sauer, aber ohne Spaß. Ich bin schon zweimal. Danke. Bro, ich hab mich eigentlich jetzt für viel Ehre, Ehre, Ehre. Warte, warte, warte. Ich sag ehrlich, ich würd reinfliegen, aber es lohnt sich nicht für mich. Man in the mirror. Man in the mirror! Großsack versteckt sich einfach hinter Max, dass ich ihn nicht betreuen konnte, ne? Bro, ich würd dreimal sabotieren, das reicht dann. Ich hab nur einmal. Alter, seit wann könnt ihr denn was beim Rennen fahren? Die alle respawn machen, das ist so ein Lacher. Nein, ich nicht, ich nicht. Bro, was respawnen sie eigentlich? Ich werd respawnen, ich werd respawnen und es ist mir egal. Ich werd respawnen und ich stehe dazu. Ich hab nicht gesehen, dass ihr respawnen seid. Ich bin nicht respawnen! Bro, Armi, du kleiner Quatscher, du sagst, ihr müsst respawnen und fährt aber so seitlich, fällt er dann runter. Ja, Bro, wenn ich den mal auskutschen, jetzt bin ich nicht respawnen. Junge, Armi fährt aus Absicht runter und sagt, er respawn sich selber. Ja, er sagt, ihr dürft nicht respawnen und fällt dann runter. Oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht! I'm in the middle! I'm in the middle! Man in the middle! Man in the middle! Hoch die Hände! Wochenende, Leute! Oh mein Gott, ich bin so schlecht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, seid ihr ehrlich? Ich sag zuerst, Ramtruck ist easy, aber ist doch nicht so easy. Bro, ich bin geil! Ja, Bro, hoffentlich fällt's so runter, Bro. Wastelander, Wastelander ist firm. Wastelander ist firm, Bro. Oh, MBK, MBK! Ich hab dich! Ich hab dich! Nee, ich hab ihn da... Oh Gott! Nein! Ich hab's auch geschafft! Ey, Bro, das wär so ein crazy Move von mir gewesen. Oh, MBK, du kleines Babychen! The man in the mirror! Oh, MBK! The man in the mirror! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Russik hat grad so ein Tag-Team kassiert! Ach, du Hände! Was? Nicht nur einen, drei auf einmal! Alter, was war das gerade? Die machinäre Pro-Fist, Bro! Das war wirklich Bro, Bro! Ich! Hey! MBK hat noch Glanschluss gegeben! Hä, ich war Grasen! Ich hab ihn doch eingeschmissen! Also das war Bro, Bro! Hä, wer fährt hier Fahrrad? Ich? Ja, wir müssen alle Fahrrad fahren. Ich will auch nichts sagen, wer erster ist. Aber mir geht's gut, Junge! Ich hab wieder respawnen sollen, Leute! Ich hab gestern, die machen ganze Zeit respawnen! Mir geht's gut, Leute! Ja, okay. Nur noch respawnen, alle. Okay. Na, Bro! Seid ihr wieder, Bro! Ich bin jetzt ohne! Ja, ich auch. Ich bin auch ohne, aber die wäre so gut. Sollen wir jetzt mal auf Ernst nur respawnen machen? Ich war der Letzte! Oh! Ich hab eben versucht, du zu driften, dass ich so... Ich auch! Ui! Oh fuck! Das ist sehr gut! Seit wann ist Stani denn gut in so'n Rampen, hä? Jo, ey, ich bin jetzt die letzte Zeit immer erster. Ich glaub, das ist wirklich, weil er die ganze Zeit schlecht gesehen hat, war er nur schlecht gewesen, ich weiß nicht. Ja! Nein, er hat sich ein paar Mal im Spiegel angeguckt, jetzt ist er the man in the mirror. Woah! 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 Ey, Manns! Der Grün hat alle weggeräumt! Der Grün hat alle weggeräumt! Der Grün hat alle zwei Leute weggeräumt! Ja, okay, jetzt real talk, jetzt waren wir ohne respawnen. Ey, Stani hat schon wieder respawned, okay. Ach so, jetzt aber einfach. Dann mach ich auch respawnen! Dann mach ich jetzt auch respawnen! Dann mach ich jetzt auch respawnen! Machst du es einfach runtergefahren? Ja! Bro, Stani, Alter, du hast respawnen gerade immer! Ich hab's direkt gesehen, dann mach ich auch respawnen! Dann machen wir halt alle respawnen! Dann geh ich halt auf! Ja, ich war auch respawnen! Es ist mir zu doof hier die ganze Zeit! Ja, ich respawn jetzt auch! Es ist mir ehrlich zu doof! So! Amby, kein mein Bruder! Amby, kein mein Bruder! Irgendwann reicht's auch! Irgendwann reicht's auch! Ja, ich krieg mir noch eine Rechnung auch mit! Äh, wer ist der Fahrrad? Boah! Ey, man kriegt nur Sachen, wo man nicht rollen kann! Wo hat er denn eh Flugzeug reingebaut? Das was laberst du? Ich hab sogar mal... Ich hab mal... Schulbus! Danke, Bro! Danke! Das war gut! Das war sehr nett von dir! Ah, Jungs! Ich sag euch ehrlich! Es ist einsam an der Spitze! Das ist sehr, sehr einsam! Digga! Ey, Stani ist zum ersten Mal nicht letzter und er kriegt Höhenflügel! Checkt ihr das? Oh mein Gott! Ich respawn eh! Ich respawn eh! Ich respawn eh! Ich respawn doch eh! Sooo! The man in the mirror! Jume, wer ist grad mit Fahrrad runtergefallen? Ich, Bro! Ich! Was war das denn? Also wirklich, MVK ist auch ein Fahrrad, ey! Aber ich nicht! Ich bin's weggesprengt! Nein! Gar nicht! Doch! Du kommst übel zu Beyblade! Du bist übel zu Beyblade! Guck mal hier! Und er fällt runter deswegen! Hau mit Max und Stani Ärzte! Die sind wieder so laut, Jungs! Ja, Bro! Weil wir sind einsam für uns an der Spitze, Bro! Ey, Max! Ich hab Max reiner Luft! Ich bin's weggesammt! Ähh! Digga! Ihr seid jetzt einfach die Man in the mirror! Max heißt nicht der Man in the mirror! Sooo! Bro! Du bist Man in the Mülltonne! Ja! Es spricht Ihnen ab, ein Man in the mirror zu sein, Leute! Also heute geht's! Hättet ihr jetzt mal irgendwelche normalen Autos bekommen oder so? Okay! Ja! Wir haben normale Autos! Wir haben ein normales Auto, was nur eine Form von einem Monster Truck hat. Aber es ist ein normales Auto! Bro! Ich sag doch mal! Man kann einfach nichts zu wollen! Hattest du Angst oder was, Ruzak? Ja, Bro! Monster Truck ist eklig! Oh, Baby! Baby Ruzak! Baby Ruzak! Okay, Glück gehabt! Jo, also Jungs! I'm the Man in the mirror! The Man in the mirror! Ah, ich find's schön, die Rampel ist mal was anderes mit diesen Schlaggräschern! Ist mal was Neues, Bro! Oh! Abi! Oh! Abi wüsst du nicht auf den letzten? Das war ja süß, Abi! Das war ja süß, Abi! Ich geh drauf, ist mir egal! Ey, MbK, let's go! Attacke! Ja, ja! Part! Oh! Oh! Bro, die gehen alle auf den Zweiler! Jungs, die sind so schlecht, Jungs! Jungs! Siehst du überhaupt was, Bro? Siehst du überhaupt was, Bro? Die können uns gar nicht sabotieren, hä? Jungs, die sind so schlecht! Das ist so peinlich, ey! Der ist so peinlich! Oh mein Gott, der fühlt sich, ey! Letzte Mega-Rampe war der Erste und er hat dann die Gegenente verloren! Was?! Stimmt, du hast einfach gequittet, Stanley! Ich war Erster die ganze Rampe und dann kam Dings, Bro, kam Post, da muss ich runterhalten! Auf einmal kam Post, ey! Wen hab ich schon unten sabotiert?! Nein, war kam kein! Mich, mich, mich! Habe ich dich runtergeworfen?! Nee, aber... Schade! Du hast auf jeden Fall... Oh meinst! Fast... Ich dachte gerade, ich hätte dir ein gottes ekliges Abotage gemacht! Erster Platz! Der ist zu schwer, der Monster Truck! Der Respond hat die Kontrolle übers Leben verloren! MBK ist noch im Party-Bus! Oh, jetzt kommt aber ein Auto zu wollen! Oh, jetzt kommt ein Troll-Car! Was denn? Jetzt kommt ein Troll-Car! Ja, MBK auf dem letzten Platz, was denn da los, Bro? Äh... Ja... Ja... Das Fahrrad hat nicht gebrochen! Inter... Ne... Leg... I... 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 Oh, was? Max, das besser... Skibbidi... Skibbidi... Bipbop! Skibidi... Skibbidi... 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 Was hat der für ein Auto jetzt? Nein! Oh mein Gott! Das ist Skibbidi... 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 Kibbidi... Zitronenpeda, Juggie?! Das skipps doch nicht, Alter! Zitronenpeda! Mach doch! Wer ist denn der Zitronenpeda? So, Armin, weg, der Lose! Oh Gott! N-D-K Der Pedder. Der Zitronenpedder. Schnell respawn, schnell respawn. Was ist das denn hier? Digga, was passiert hier gerade? LOL! Nein! Alter, MBK, du Ekeliger! Nein! Er hält mich ganz unten. LOL! MBK, du... Ja, ich hab's gesehen. Und Digga, ich denk mir so, okay, Russik hat's erwischt. Auf einmal kommt MBK, schiebt mich raus. Oh mein Gott! MBK, eh, Mann. MBK, der Ekeliger. Ich sag halt eher... Ey, Bro! Der ekelige Ekelberger. Junge, Shani liegt auf dem Rücken wie eine Shitkröte. Junge! MBK ist ein Ekelberger. Der Arno sieht aus, ey! Junge, hör doch mal auf meinen Augen! Oh, MBK! Ich bin wegen seinen Schrott-Title rausgeflogen! Bro, das Ding ist halt, MBK spielt einfach nur zum Träumen. MBK ist ein man in the mirror. Bro, ich bin wegen MBK so weggeflogen, weil seine Schrott-Teile auf die Straße kamen und die mich so hoch... Ey, wirklich nicht? Ja, die haben mich so hochgeschleudert. Was ist denn los, Bro? Bro, Bro! Deine... Deine Schrott-Teile haben mich so hochkatapriert. Ja, aber ich wollte Stani raushauen. Boah, zum Glück ist Stani schlecht, Alter. Oh mein Gott, war das knapp. Nein! Nein! Die Booster hat mich ausgedrückt! Ey, Bro! Ey, Stani ist nicht ein ekliger Esel. Ich werde jetzt nur noch auf Stani gehen. Ich werde nur noch auf Stani gehen. Oh mein Gott! Hey! Ja, Samete, du kleine Ratte! Ich hab's gemacht alle Fatschen! Oh mein Gott! Bro, Stani hat wirklich einmal alle geholt. Er hat wirklich einmal alle geholt, Bro. Also, ich sag so, Stani endgegen. Ja, 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 ja. Egal. Stani, denn heuer, er hat mich... Er hat mich gerade wirklich ganz unten sabotiert. Bro, ich werde auch nur noch auf Stani gehen. Ey, ganz unten gehört sich nicht. Ganz unten gehört sich nicht. Ach, halt deinen Maul, Andy K. Du dreckige... Dreckige... Bist du der dreckige Dän? Yeah, ich bin Spitzkopf Larry. Max, du hast gerade gesagt, alle sollen auf mich gehen. Nee, ich hab gesagt, ich werde nur noch auf dich gehen. Ja, 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 hat er. So. Also, wirklich, er sport noch mal. Bro, das... Bro, das... Bro, das... Das ist das zweite Mal jetzt stand. Du hast mich beleibig, Sparks, Alter. Das ist das zweite Mal jetzt. Max, mit dem hast du dich verbündet. Bist du selber schuld. Ja, Bro. Nee, alles gut. Ich sag dir, Stani, bleib besser im Chat, weil wenn ich im Chat bin, kommst du nicht mehr unten. Bleib besser. Vertrau, vertrau, bleib besser im Chat. Komm, flieg in mich rein. Mach doch, trau dich. Ah, sehr gut. Baxi. Baxi. Bleib lieber im PJ. Nein, jetzt kommt der schlimmste Auto. Das kann man richtig krass trauen. Da kann man richtig krass... Nein. Nein. Amir. Hey, ich bin da eine rausgeflogen. Ja, komm, noch einer. Ja, noch einer. Ja, komm. Wusstet ihr, dass unten Bouncepads sind? Ja, deswegen bin ich auch gerade rausgeflogen. Ich auch. Ich auch. Ich bin auf dem Rücken gelandet, bin aber auch runtergeflogen. Geil. Karma. Schau. Nein. Ich hab ihn doch angehalten. Learn to play Wusser. Hey, Jungs. Hey, Steine. Das geht doch nicht. Learn to play Wusser. So, wo ist Stani? Wo ist Stani? Leute, wo ist Stani? Der kämpft, der kämpft. Der kämpft, der kämpft. Guck mal, drei. Alle gehen auf mich, Leute. Alle gehen auf mich. Ab hier beiseite. I'm the man in the mirror. Ich werd' ich noch kriegen, Stani. Oh mein Gott, Mox, Stani. Haben wir ihn, haben wir ihn. Ich hab ihn auch sehr cool rausgefahren. Und Max hat ihn dann weggefahren. Geil. Lieber Russik als Stani. Lieber Russik als Stani. Ich gönn's Russik mehr als dir. Ich auch, ich auch, Bro. Full, Alter. Stani hat Sachs über. Let's go. Stani? 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 Stani, Nani. Mach dir die Ratte und ihr traut ihn auch. Oha. Stan, the man. Bro, Russak schießt in eine Richtung und du in jede, Bro. Wie lost? Ich sag nur, Russak die Ratte. Er wundert sich, wenn er Karma bekommt, wenn er eine halbe Stunde lang gefilmt. Ja, Russak durch. Warte, warte. Ich muss Stani holen. Ich muss Stani holen. Ja. Wenn du das machst, bist du Mann. Wenn du das machst, hast du Credibility. Hast du Credibility von uns. Nein. Oh. Nein. Wieder zwei Leute auf mich gegangen. Wieder zwei Leute auf mich gegangen, Bro. Und Russak geht wieder auf mich. Oh mein Gott. Nein, schade. Und wieder gecrashed, Bro. Oh mein Gott. Großsack. Großsack. Ich hab alles. Ja, ich hab zu lange Black Screen. Okay, MBK, MBK auch noch da. Ich hab zu lange Black Screen. Man in the Mirror. Man in the Mirror. Man in the Mirror. Let's go. Nein, ist wahr. Juga, es geht vier Leute auf mich und ich schaffe, die dich aufzuhalten. Man. Ich glaub, Stani ist Man in the Mirror. Ich glaub, Stani ist der Man in the Mirror. Eindeutig. Bye, bye, Max. Ja, du hast mich nicht getroffen. Bro, du hast mich nicht... Ich weiß nicht, ob deine Augen schon wieder richtig funktionieren, aber du hast mich nicht getroffen. Nee, ich hab mich nicht getroffen. Bro. MBK ist immer noch beim Dings. Ey, ich bin jetzt jetzt bei der Limo und ich dachte, ich bin jetzt auch schon bei der Ente. Egal. So. Ah, MBK, was war das da gerade, die Aktion von dir? Bro, look. Müssen wir doch nochmal drüber reden, Bro, Bro. It's not this, what you see. Man in the Mirror. Hey, Bro. Bro, Bro. Ah. Nein. Nein. Ich fall runter. Bro, Bro, ich hab dir doch nur geholfen, Bro, Bro. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Wo ist der? Guck mal, ey, Bro. Es gehen wirklich alle auf mich. Stani ist der neue Man. Wir müssen lernen auf den Mirror. Ich hab dir... Ich hab dir doch nur einen kleinen... Ihr seid so peinlich, Jungs. Ey, das muss ich eigentlich hochladen. Ich muss das wirklich eigentlich hochladen hier. Das ist ja crazy. Ich geh jetzt doch auf Amir. Man in the Mirror. Oh mein Gott. Es geht... Man in the Mirror. Oh mein Gott. Es geht... Es gehen alle auf mich. Und ich bin ja immer noch richtig gut dabei. Bro, Max. Ich check das. Bro. Was checkst du nicht, MBK? Du bist vorhin nicht reingelogen. Was denkst du denn? Was denkst du denn, Bro? Glaubst du, wir sind Bro, Bro? Geh lieber rein auf mich. Glaubst du, wir sind Bros, Bro? Das nächste Auto... Hä? Das sind keine Golf-Card, Golf-Card, Golf-Card. Ich hab's gesehen. Golf-Card. Ich glaub, das ist auch das letzte. Oh, Stani hat mich gerettet. MBK, Bro. Du warst nie mein Bro. Jawohl, Stani. Ich geh jetzt mal schön zurück. Ja, aber... Ich glaub... Für dich ist der der Weg länger. Ich wollte nämlich eh nochmal respawnen, weil ich... Wir sind keine Brüder, mein Bruder. Oh mein Gott. Ist das Auto in Kraft, Rosic. Oh mein Gott, ist das Auto in Kraft, Rosic. Rosic, nur Gas geben, oder? Hast du dich getroffen, Stani? Nee. Aber ich hab dich schon paar Mal mehr auf mich gekriegt. Hast du dich getroffen? Das geht gar nicht... Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Der wahre Man in the Mirror hätte mich getroffen. Oh, ich bin auch da, Rosic! Ich hab dich nur so leicht so in den Steigen reingedickt. Oh Mann, die Jungen alle fighten hier gegen mich und die schaffen's nicht. Ich bin nur noch nicht überall zur Platz. Wie, wir fighten gegen die Durstens? Das sabotiert gerade, hä? Und alle fighten gerade gegen mich. Ihr macht euch gerade zu Lachnummer, Bro. Man in the Mirror. Stani is the man in the mirror. Mann, ihr macht euch wirklich zu Lachnummer. Was? Bro, Bro. Ich dachte, du wärst Stani, Bro. Oh nein, oh nein. Alles klar, kein Ding, Max. Oh, Stani, hab ich dich kurz weggeschickt? Hab ich dich kurz in den Urlaub geschickt? Oh, Max, ich war eh noch ganz oben gewesen. Also, naja, Jungs, wie die so Leute. Hab ich dich kurz in den Urlaub geschickt? Ja, fuck. Aber, ja, was soll ich machen, wenn halt vier Leute auf mich gehen? Ab in den Urlaub. Jungs, habt ihr gesehen, dass vier Leute auf ihn gegangen sind? Nö. Hab ich auch nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, Stani hat wieder den Mund zu voll genommen, bevor er was beendet hat. Ja, das Ding ist, ich war die ganze erste. Ja, war. 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 Wie sauer wärst du? Bruder, 1000% sauer. Wir waren noch nie Brows, Bro. Ich höre mit dir Freundschaft. Hey, Bro. Das war's jetzt mal, dass du mein Bro warst. Soll ich Armin blechen oder nicht? Brech ihn. Brech ihn. Brech ihn. Armin. Armin. Oh nein. Okay, der lebt. So. Ich hab ihn doch getroffen. Schade, dass die zwei wieder auf den Bruder machen. Armin, das überlebt, ne? Russack geht auf mich, Leute. Du hast mich getroffen. Du hast mich getroffen. Ich hab Stani. Schade, dass du wieder auf mich gehen musst, Russack. Ich hab Stani, Max, Armin, alles. Bro, was redest du? Du hast Russack schön weiterfahren lassen. Hä? Russack hat Russack weiterfahren lassen, alles klar. Jung, Stani geht's. Nee, ich sag nur, ihr seid für mich. Also, guck mal, ich hab Fairplay gemacht. Ich hab wirklich Armin, Stani und äh... Mich hast du auch versucht zu tatchen, ne? Ja, jetzt kommt der nächste. Äh... Armin! Du hast uns drei eben versucht mich zu sabotieren. Was soll ich machen? Du musst mich sabotieren. Hab ich nicht. Einmal muss ich dich. Einmal muss ich. Einfach mal kurz zu zeigen hier, wer die Respektperson ist. Junge, ihr checkt dich. Russack sabotiert euch alle die ganze Zeit. Und ihr feiert ihn noch und sagt, ja, mach Russack, Russack. Nein, nein, nein. Russack ist halt the man in the mirror. Nein, nein. Russack wird jetzt fänden. Niemals! Aus dem Flugzeug hierher, Jungs! Russack wird jetzt fänden. Ja, deswegen hilft am besten noch Russack. Nee, Entry, Avi oder ich. Das ist noch eine spannende Sache. Nee, nee. Man muss aber real talk sagen, Russack macht echt immer diesen Ekling. Er hält sich immer so raus und kommt dann so aus dem Nix, ist leise und so. Er macht immer diese Psychologie. Ja, ich sag mal so, Jungs, wisst ihr, was ihr für mich seid? Ihr seid halt für mich richtige Fieser. Digga, sei ruhig. Du bist einfach eine Lavatasse. Nix dahinter. Russack manipulieren, dass er den ersten macht. Hey Mats, warum fängst du raus, Bro? Gecrinded, Bro. Ich bin gecrinded. 360, 360. Wo, wo, wo. Russack hat das. Russack, Russack, Russack. Russack, Russack. Ich muss leider sagen, ich gönne nur mir. Sonst gönne ich keinen. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt auf Stunny noch letzter. Oh nein, wie sollst du nicht respawnen, MBK? Du hast jetzt vor Stunny. Äh, ja. Ist doch respawn verboten. Nein. Nein, Digga, weil Max und... Ich bin direkt hinter dir, Bro. Ich bin direkt hinter dir, Bro. Ich bin ganz lustig. Ich bin ganz lustig. Ich bin ganz lustig. Hey. Du hast noch gar nichts beendet. Was fasselst du? 4 Leute gehen auf mich, Bro. 4 Leute gehen auf mich. Max, ich wollte gerade sagen, ich hole dir den dritten, aber absolut gar nicht. Stunny, du bist Ritter auf jeden Fall, Bro. Absolut. Was fasselst du, Bro, Bro? Max war wieder an mich vorbeigeflogen. Wir sind keine Brüder, Bro. Wir waren wie Bros, Bro. I'm the man in the mirror. Könnt ihr zugucken? Wo ist eigentlich Ente? Der hat schon wieder gequittet, der Noob, ne? Ey, der war gar nicht dabei. War gar nicht dabei. Achso. Hat Fehlercode bekommen. Aber Ente redet immer so wenig, also... Man kickt das Blame gar nicht mit, ob er da ist oder nicht. Ente hat Fehlercode Skill Issue bekommen. Aber war ne coole Map. War ne coole Map, muss man sagen. Ich glaube, der hat Fehlercode Alphastein bekommen. Stunny kommt gut runter, aber... Oh, oh, oh. Gleich kann er rausfallen. Nee. Stunny hat's geschafft. So, dritter Platz und vier Leute auf mich gegangen. Meiner Meinung nach ein sehr krasser Erfolg. Kann man sagen, was man will. Krass. Easy. Sehr easy. Also, darüber würde ich mich jetzt nicht freuen. Wir waren noch nie. Oh, Max, die beendet nicht mal das Rennenblock. MBK und Max beendet nicht mal das Rennen. Was fahrst du? Natürlich beendet nicht das Rennen. Oh Gott, MBK dreht um. MBK dreht um. Guck mal, wie schlecht MBKs. Am Ende des Tages wird einfach nur MBK nicht beenden. Ich werde beenden, Bro. In diesem Sinne... Er kommt von links, er kommt von links. Bro, Bro. Ach, MBK. MBK, einfach nur peinlich, Bro. Einfach peinlich, Bro, MBK. Okay. Ja. Und wieder letzter von hinten. Nee. Erster von hinten. WDR 1 WDR 2 WDR 2 WDR 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017